Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein, allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Induktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Das ist unglaublich. Ein proteanisches VI-Programm und ich kann es verstehen. Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sehr cool. Eine proteanische virtuelle Intelligenz. Wer sind Sie? Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz. Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analyse-System mit persönlichen Abgleichungen von Keisat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Okay. Ähm, was wollen Sie? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als einer Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel. Zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Mhm. Okay. Wow. Mhm. Reaper und Orkusnebel. Wie können die Reaper im Orkusnebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadell-Portal aktiviert wird. Okay. Zitadell-Portal. Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Zitadelle ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadell gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadell entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadell entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Wow. Aha. Und so funktioniert dieser Zyklus. Alle 50.000 Jahre werden dann über das Massenportal in der Zitadelle die Reaper gerufen. Von den Keepern oder von Zahren. Eine perfekte Falle. Zahren wird es aktivieren. Wir haben keine Chance. Das will ich nicht sagen. Zahren wird es aktivieren. Wenn Zahren das Portal aktiviert, können die Reaper den Rat und die Zitadellflotte mit einem Streich auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Alle kapitulieren? Der Krieg war verloren. Vielleicht hätten die Reaper eine Kapitulation akzeptiert. Es gab keine Aufforderung zur Kapitulation. Unser Feind hatte nur ein Ziel. Die Auslöschung allen fortschrittlichen, organischen Lebens. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Was sind ihre Gründe? Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Warum gingen sie wieder? Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Höhlen, die zu keinem eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Wow, oder? Das ist doch heftig, Leute. Muss ich gleich schlucken, hey. Aufhalten? Wie? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportal-Technologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadell haben, dem Knotenpunkt des Portal-Netzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadell. Nicht entdeckt worden? Wir haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden. Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadell vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaver blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Ähm, nur Verstärken kämpfen sollen. Wir waren wenige hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte. Unsere einzige Hoffnung war, unentdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu schwachen. Wow. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadell-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Es war notwendig. Das war Verrat. Mörder. Ähm. Äh. Es war notwendig. Ja, es ist schwierig. Ich meine, es ist natürlich übel, aber... Die V.I. hat natürlich richtig reagiert, also... Ähm. Es war notwendig. Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Ähm. Die Keeper? Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereine das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orcus-Nebel gefangen. Können sie zurückkommen? Ich finde das cool, dass die Reaper im Orcus-Nebel gefangen sind, aber einer ist da, nämlich die Sovereine. Also können sie zurückkommen? Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereine überlassen. Die Sovereine wird die Systeme der Zitadelle überschreiten und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich brauche Hilfe. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereine. Moment! Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Wow, also wir können hier weiterreden. Das wird wieder eine Doppelfolge, Leute. Ähm... Proteanische Forscher. Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadelle zu bekommen. Aber die Röhre ist nur ein Prototyp. Das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Sie waren also auf der Station gefangen. Ich weiß nicht, was aus Ihnen geworden ist. Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station. Ich fürchte, dass Sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind. Ich weiß nur, dass Sie es geschafft haben, das Portal zu schließen. Ihre Gegenwart hier beweist, dass Ihre Mühen nicht umsonst waren. Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen. Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden. Wahrscheinlich das allererste. Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert. Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind. Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren. Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert. Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst. Als die Proteaner die Zitadelle-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper. Jetzt sind sie absolut harmlos. Deswegen die geht. Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind? Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt. Nichtorganische Diener wie die Gate agieren voraussehbarer. Sender. Was ist mit dem Sender auf Eden Prime? Und dem auf Vermeier? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk. Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden. Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört. Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Eilos, das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden. Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab. Falls doch, sollten sie von Eilos erfahren. Wir wollten ihnen Hoffnung geben. Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet. Großes Risiko. Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können. Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden. Es war nur ein Versuch. Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen. Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt. Sie war verschlüsselt. Nur organische Wesen hätten sie verstehen können. Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschinen hierher zu führen, die Saren. Aber auch sie haben hierher gefunden. Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan. Hm. Souverän. Wenn die Reaper im Orcus-Nebel gefangen sind, wie ist dann die Souverän hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orcus-Nebel hatte wohl auch die Souverän mehr als 50.000 Jahre im Überlebenschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadell-Signal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht. Die Verbündeten der Souverän waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt, musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Sie könnten einfach angreifen. Die Souverän ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadell an? Die Souverän ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Souverän könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben. Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Souverän kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen. Hm. Ja, Leute. Puh. Wir müssen gehen. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Ganz sicher, Shepard? Wer weiß, wie lange Vigil noch zur Verfügung steht. Die Projektion ist schon sehr schwach. Dies ist vielleicht unsere letzte Chance, an Informationen zu kommen. Die letzte Chance, etwas über die Proteaner zu erfahren. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Ähm. Sie haben Recht. Sie können nichts machen. Wir haben keine Zeit mehr. Wahnsinnig geworden. Ähm. Ich glaube, wenn ich das sage, ich versuche es mal. Sie haben Recht. Das könnte uns nützlich sein. Ich werde Ihnen gerne mit Informationen dienen. Meine Datenbank ist aber darauf limitiert, nur direkte Informationen über Abwehrmaßnahmen gegen die Reaper zu liefern. Okay. Da komme ich zurück. Zeit zu gehen. Ich habe die Datei. Dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beweilen. Ja, Leute. Das war ja mal, ähm, ein Gespräch. Oh, und Vigil ist jetzt auch weg. Puh, ja. Wie schon gesagt, Leute. Ihr werdet ja schon gemerkt haben. Das wird eine Doppelfolge. Oder ist eine Doppelfolge. Ich habe mich wie immer gefreut, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt. Und dass ihr mit mir zusammen die Geschichte von Vigil angehört habt. Ich finde, es ist eine tolle Geschichte. Und ab der nächsten Folge machen wir damit weiter, Saren zu verfolgen und ihm in ein gewisses Körperteil zu treten. Also, bis dann. Ciao. Ciao.